Freunde, ich hab da was für euch. Ihr habt euch ein brandneues Huawei Mate 10 Pro gekauft, ihr habt es ausgepackt und ihr habt auch schon bewundert, wie unfassbar schön dieses Telefon aussieht. Jetzt wollt ihr aber natürlich noch telefonieren, ins Internet, Apps runterladen, WhatsApp nutzen und so weiter. Natürlich müsst ihr auch eine SIM-Karte einlegen und wie ihr all das machen könnt, was ihr dafür braucht, was ihr aktivieren müsst, was ihr ausfüllen müsst und so weiter. Genau das gucken wir uns in diesem Video an. Wir starten mal mit der linken Seite des Telefons. Dort haben wir, naja, ich sag mal im oberen Fünftel diesen kleinen Slot hier. Genau gesagt, das kleine Loch mit dem Bereich außenrum. Dort stecken wir das mitgelieferte SIM-Eject-Tool rein. Wir benutzen jetzt mal ein anderes, um zu gucken, ob ihr auch eine Alternative benutzen könnt, wenn das, was mitgeliefert wird, mal verloren geht. Ganz einfach, zack, rein. Es sollte auch mit einer Büroklammer passen. Und heraus kommt dann, naja, dieses kleine Stück Metall. Was genau ist das? Das ist der sogenannte SIM-Slot. Normalerweise ist hier Platz für auf jeden Fall eine SIM-Karte, öfter aber auch für eine Micro-SD-Karte. Huawei hat sich beim Mate Pro gedacht, nö, der Speicher kann hier nicht erweitert werden. Es können aber zwei SIM-Karten eingelegt werden. Ganz wichtig, es gibt ja drei verschiedene Arten von SIM-Karten. Genauer gesagt, drei verschiedene Größe. Das, das ist diese ganz, ganz alte Größe, die es früher in den Telefonen gab. Dann gibt es noch die Micro-SIM und die Nano-SIM. Für dieses Smartphone, wie auch für die meisten anderen, brauchen wir die Nano-SIM, also die ganz kleine Variante. Und davon könnt ihr gleich zwei einlegen. Eine Besonderheit ist, dass ihr gleich zwei SIM-Karten einlegen könnt und mit beiden über LTE oder LTE nutzen. Das bedeutet 4G. Das geht bei den wenigsten Smartphones, eventuell sogar bisher nur beim Mate 10 Pro. Wenn ihr diese einlegen wollt, dann schaut ihr natürlich, wo ist hier oben die Kante. Die gibt es auch bei der SIM-Karte. Dann legt ihr das gute Stück rein und dann muss das Ganze natürlich zurück ins Telefon. Wir gucken also, wo ist hier das Loch, wo ist hier das Loch. Dann wird das Ganze eingeschoben. Ganz wichtig, schaut bitte, dass es hier bündig ist. Bedeutet, hier am Rand, da sollte nichts mehr rausstehen. Zweiter Tipp, bitte benutzt nur das Loch an der linken Seite. Wenn ihr das Teil hier oben reinsteckt, das SIM-Inject-Tool, das ist ein Mikrofon. Damit könnte es dann sein, dass ihr das kaputt macht. Und naja, ich glaube, das wollen wir alle nicht. Die SIM-Karte ist jetzt also ausgewählt, die richtige SIM-Karte und eingelegt. Jetzt fahren wir das Telefon hoch. Auf der rechten Seite gibt es zwei Tasten, eine große, eine kleine. Die kleine ist der 1er Power-Button. Den drücken wir für, naja, drei Sekunden. Dann fängt es an zu vibrieren und dann kommen wir zum Boot-Screen. Das Telefon fährt nun also im Hintergrund hoch. Wir sehen einmal Huawei und Powered by Android. Denn hier läuft natürlich Android drauf und Google möchte, dass es angezeigt wird. Wir bekommen einen ersten kleinen Vorgeschmack auf den Lautsprecher. Und dann kommen wir zu Emotion UI. Emotion UI ist Huawei's eigene Oberfläche. Und ganz wichtig, das Ganze basiert auf Android 8.0 Oreo, also auf der aktuellsten Version. Da gibt es bisher noch kein Telefon außer den neuen Sonys, die schon auf Oreo laufen. Okay, wir können uns eine Sprache auswählen. Deutsch ist schon mal richtig. Es gibt aber natürlich alle möglichen da draußen. Wir haben uns für Deutsch entschieden. Alternativ können wir noch einen Notruf absetzen. Und in den Anzeigeeinstellungen können wir dann sowas wie die Schriftgröße ändern. Wenn wir denken, oh, das ist uns alles zu klein, dann können Sie das hier größer machen. Und ihr seht schon, diese Textgröße steht nur für Nachrichten, Kontakte und das Wellprogramm, also das Telefon zur Verfügung. Okay, haben wir verstanden. Wir bleiben trotzdem mal auf normal. Dann gibt es noch die Vergrößerungsgesten. Da tippt ihr dann dreimal mit dem Finger drauf und alles im Bildschirm wird größer. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wir wollen nämlich auf Weiter klicken und die Sprache ausgewählt haben. Ihr habt die SIM-Karte bereits eingelegt. Wir jetzt in diesem Fall hier nicht. Brauchen wir nämlich nicht. Ihr klickt dann einfach auf Weiter. Wir überspringen das Ganze und kommen zum Endbenutzerlizenzvertrag. Diesen müssen wir annehmen. Und wenn wir auf Zustimmen klicken, müssen wir das Ganze auch noch ein zweites Mal aktivieren. Wir kommen zu den Berechtigungen für verschiedene Dienste. Wi-Fi Service Plus. Das kann dafür sorgen, dass automatisch WLAN aktiviert oder deaktiviert wird, je nachdem, wo ihr seid. Der Dienst bezieht ihren Standort von nahegelegenen Basisstationen und Zugangspunkten und schaltet WLAN dann automatisch ein oder aus. Wenn ihr das denn möchtet. Außerdem werden verfügbare WLAN-Spots bewertet und clevere Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Das heißt, ganz oben steht dann quasi der beste WLAN-Hotspot. Könnt ihr aktivieren, wenn ihr das möchtet. Müsst ihr aber nicht. Genauso auch beim Wetter-Service. Der braucht nämlich Berechtigungen für Standort und sowas wie E-Mail und MAC-Adresse, um den Standort abzurufen und Wettervorhersagen zu erstellen. Wenn ihr beides nicht möchtet, dann müsst ihr das nicht machen. Wir können aber beidem zustimmen oder auch nur einem von beiden. Jetzt wollen wir natürlich ins Internet. Das füllen wir ganz kurz aus. Wir nutzen also oder wir suchen das Netz, mit dem wir uns verbinden möchten. Geben dann hoffentlich... Oh, wir geben das richtige Passwort ein. Sehr gut beim ersten Versuch heute sogar. Sind dann also verbunden. Das wird auch gleich angezeigt. Und klicken dann auf Weiter. Jetzt wird mal im Hintergrund ein bisschen was gecheckt. Daten werden überprüft. Hier passt alles. Jetzt kommen wir zur Anmeldung bei den Google-Diensten. Die Google-Dienste brauchen wir dann später, um zum Beispiel Apps herunterladen zu können, E-Mail zu nutzen und so weiter. Deswegen empfehle ich euch, meldet euch auch da an. Falls ihr noch kein Konto habt oder ihr die E-Mail-Adresse habt, dann ist das natürlich kein Problem. Dann könnt ihr das alles hier machen. Wir haben aber unser Google-Konto. Melden uns also ebenfalls kurz an. So, das hat jetzt schon ein paar Versuche mehr gebraucht. Und wenn wir auch das haben, dann stimmen wir hierzu. Das Passwort stimmt zum Glück. Kontoinformationen werden abgerufen. Gleich, wenn ihr das Telefon dann komplett eingerichtet habt, werden zum Beispiel direkt E-Mails abgerufen. Und ihr könnt schon E-Mails schreiben und lesen. Wir kommen zu den Google-Diensten. Sicherung und Speicher. Wir können unsere Telefondaten, sowas wie Apps, App-Daten aber auch, also was ihr mit den Apps gemacht habt, die Anrufliste, Kontakte, Geräte, Einstellungen, WLAN, Passwörter und so weiter alles speichern in Google Drive. Oder das Ganze auch nicht, wenn ihr nicht möchtet. Wenn ihr dann ein neues Telefon einrichtet, dann könnt ihr das hier direkt nutzen und all die Daten landen auf eurem Telefon. Das erspart euch dann schon mal einige Minuten Rumtipperei. Außerdem gibt es dann noch den Standort. Dürfen Apps den Standort nutzen, ja oder nein? Manche Apps brauchen das auf jeden Fall, manche nicht. Wenn ihr denkt, nee, soll nicht sein, dann könnt ihr das natürlich deaktivieren und im späteren Verlaufe, wenn das Telefon hochgefahren ist, trotzdem noch angeben. Die Standortgenauigkeit, diese könnt ihr auch unabhängig von der allgemeinen Zugriffsmöglichkeit unabhängig davon aktivieren oder deaktivieren. Und dann kommen wir zur Gerätewartung. Google braucht natürlich Feedback. Funktioniert alles so, wie es soll. Was klappt nicht? Was klappt gut? Ihr könnt diese Daten rüber schicken. Wenn ihr möchtet, wenn ihr aber denkt, nee, die sollen nichts von mir sehen, dann könnt ihr das ganz einfach deaktivieren. Und Updates und Apps sollen installiert werden können. Das ist automatisch schon. Hier, dem stimmt ihr auf jeden Fall zu. Schützen Sie Ihr Gerät, Bildschirmentsperrstil, Muster, PIN oder Passwort. Wir entscheiden uns mal für eine PIN. Bestätigen das Ganze dann nochmal. Und jetzt. Wir können Daten kopieren von einem iPhone, einem anderen Android-Gerät oder aus der Cloud. Wenn wir uns das schon als, naja, wenn wir von einem Telefon auf das andere wechseln. Wenn ihr das nicht möchtet, dann können wir das auch als komplett neues Gerät einrichten. So machen wir das in diesem Fall. Wir können uns jetzt mit der Huawei-ID anmelden, wenn ihr eine habt. Ihr könnt euch aber auch registrieren. Oder wir überspringen das. Das machen wir jetzt mal. Und dann kommen wir zur Datenübertragung. Ihr könnt das Daten aus der Cloud rausholen oder Phone-Clone. Phone-Clone ist Huawei's eigene App, um Dateien von einem anderen Telefon zu übertragen. Ich habe das bereits ausprobiert. Ich habe auch ein Video dazu gemacht. Das funktioniert wirklich gut. Wenn ihr also etwas sucht, dann schaut euch das Video gerne an. Ich verlinke euch das. Phone-Clone ist eine tolle App. Überspringen. Wir wollen das nämlich als komplett neues Gerät festlegen. Die Cloud können wir aktivieren oder das Ganze auch später machen. Wir machen das mal später. Und jetzt kommen wir zum Fingerabdruck. Der steht oder sitzt oder liegt hinten, so wie es sich gehört. Wir können damit Anrufe entgegennehmen, Fotos oder Videos aufnehmen, den Alarm stoppen, die Statusleiste herunterziehen und Fotos durchsuchen. Zack. Klicken auf Weiter. Wir können aber auch das Telefon entsperren, auf den Tresor zugreifen und auf Apps, beziehungsweise Apps damit sichern. Aktivieren wir. Wir müssen wieder unsere PIN eingeben. Und jetzt richten wir das Ganze ein. Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So. Das hat keine zehnmal Drücken gebraucht, um registriert zu werden. Und wie auch schon in den letzten Jahren, Huawei Fingerprintreader werden nicht nur sehr, sehr schnell und einfach eingerichtet, sie funktionieren auch wirklich, wirklich schnell. Wahrscheinlich sind das die schnellsten Fingerprintreader am Markt und zuverlässig sind sie. Und man kann damit noch mehr. Wir haben das eben gesehen. Das ist also klasse. Emotion UI. Jetzt starten. Damit wäre das Telefon eingerichtet. Wir haben eine Internetverbindung. Das sehen wir hier oben am WLAN. Die SIM-Karte habt ihr eingelegt und die PIN gerade eingegeben. Das müsst ihr dann noch machen. Ihr könnt also telefonieren und SMS schreiben. Ihr habt das Google-Konto eingerichtet und könnt in den Playstore gehen und darüber dann alle Apps herunterladen, die ihr gerne hättet. Wir können aber auch die Google-Apps nutzen, die schon drauf sind. Wir können also in YouTube gehen, Gmail, Maps und so weiter. Wir können auch ganz kurz gucken, welche Apps sonst noch drauf sind. Facebook ist schon vorinstalliert. Es ist Instagram schon drin. Highfolder empfiehlt Ihnen Apps. Die folgenden Geräte und Verhaltensdaten werden erfasst. Müsst ihr nicht zustimmen. Ihr klickt einfach auf Abbrechen. Instagram ist zum Beispiel schon hier als Vorschlag und Booking.com. Wenn ihr das nicht möchtet, gar kein Problem. Also Instagram und Facebook. Dann gibt es hier, das dürften Apps von Huawei direkt sein, genau. Ein Translator ist mit dabei. Damit könnt ihr Texte direkt live übersetzen. Das ist ziemlich cool. Ansonsten gibt es hier nicht mehr viel. Gut, damit wären wir fertig. Ihr seid nun bereit und könnt loslegen. Ich habe es eben schon gesagt, telefonieren, SMS schreiben, WhatsApp, andere Apps nutzen und was man sonst so mit dem Telefon im Internet zum Beispiel machen möchte. Und damit wäre die Einrichtung fertig. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst. Also kommentiert, wenn euch was gefallen hat, was ihr besser machen oder besser sehen würdet bei mir. Und welche Videos ihr euch noch wünscht. Schaut euch auf jeden Fall mein Unboxing und meinen ersten Eindruck an. Und dann war es das von mir und diesem Video. Vielen Dank für eure Zeit. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.